Ja, die Geburt ist wohl optimal verlaufen. Wir kamen morgens hier in den Stall, der Kollege, und guckte, ja, Jungtier war da, war schon alles geboren, war zwar halt noch ein bisschen feucht, also daher konnten wir sagen, circa sieben Uhr geboren. Viertel vor acht haben wir hier reingeguckt in den Stall und gesehen, dass das Jungtier da ist. Ja, und dann haben wir dann erstmal halt Bescheid gesagt, dass ein Jungtier da ist, haben dann darum gebeten, noch eine Person mehr dazu zu bekommen als Mitarbeiter, dass man den abstellen kann, um zu beobachten, was passiert, weil man sicher gehen muss, dass die Jungtiere dann auch selbstständig aufstehen, beziehungsweise dann auch langsam mal nach sechs bis acht Stunden das erste Mal versuchen, selbstständig zu trinken. Und der hat mir schon erzählt, dass das nicht so gut geklappt hat am Anfang? Ne, da war man nicht so ganz von zu begeistern, den Weg nach Mama zu finden, da mussten wir ein bisschen dann helfen. Wir haben das dann mit zwei Leuten zusammen gemacht. Der eine der erste junge Kamel Richtung Mama dirigiert hat, der andere, die die Mama so ein bisschen abgehalten hat, weil die das überhaupt nicht toll fand, dass wir an dem Kleinen dran waren. Da kam schon eine oder andere Spucker von Mama und der eine unbeherrschte Schnappen im Kopf. Aber das ist alles halb so wild, man kennt das ja schon. Es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal das jetzt gemacht haben. Ja, wir haben mit dem Kopf Richtung Zitze dirigiert und als wir eine Zitze waren, so ein bisschen die Zitze auch angemolken, dass wir ein bisschen Milch kriegten, diesen Geschmack dann dem Jungtier ins Maul gegeben, dass er halt geschmacklich schon mal weiß, wenn er über Nacht oder über Tag bei Mama noch mal versucht zu trinken und dann diese Zitze erwischt, dass er diesen Geschmack merkt, oh, das ist genau passend und dranbleibt, um halt die Milch aufzunehmen. Und das hat dann nach ein paar Tagen gut funktioniert, dass er wusste, wie es ging. Nein, Namen hat er noch nicht, da sind wir noch dabei. Wir haben im Wettbewerb ausgeschrieben, dass sich die Kinder oder Erwachsenen, wie sie wollen, einen Namen aussuchen, dass sie einschicken und wir dann quasi daraus wohl den Namen aussuchen, sodass dann wahrscheinlich Ende der Woche da ein Name sein wird, wo dann eine Taufe ist. Okay, oh Gott, danke! руг Untertitelung des ZDF, 2020